Steven Meter, wir haben eine Abkürze gefunden. Obwohl, das ist ja ein Wanderweg. Kann man ja lang laufen, passiert ja nichts. Ich fühle mich hier wie beim Leverage Project oder so eine Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind gerade hochgeklettert und die Aussicht ist ja mega krass hier oben. Also der Berg ist so in Brandenburg. Wir sind hier zweieinhalb Stunden hingefahren, ganz spontan. Zweie Stunden dreißig eher. Und das Ding ist 400 Meter hoch. Sieht ziemlich cool aus. Und was man hier oben so sieht und was man nicht sieht, dann zeige ich euch jetzt mal. Da machen, da ist es einfach. Wo? Da, wo du gerade war. Ja? Na, ich will ein spektakuläres Bild. Also wenn sich da einer hin, dann muss das da so lang klettern. Da waren wir doch gerade, das sieht ihr ja nicht. Ne, guck mal da, gehen wir da hin. Da ist es immer besser. Ja, hallo zusammen. Ich gucke mich jetzt da vorne an der Spitze setzen, da ist sie gerade hoch. Ja? Ja. Da hinten. Da, an die Spitze? Ja, ja, da war es nicht gerade drin. Alter. Du hast meine Kamera und machst eine Foto. Jumme, 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 Alter. Guck mal. Alter, ey. Krass. Am besten, aus der Perspektive, wa? Von hier. Okay. Ja, mega nice. Alter, das ist so ein geiler Motiv hier, ey. Toll, hört schon Glückwunsch, ja. Jetzt verpiss dich. Mit der Kamera, machen wir ein paar Bilder. Mach ich. Geil objektiv. War's? Ja, haben wir so eine Weizen-Sache dazu gemacht. Alter, das ist so krank, wenn du hier an der Kante stehst, Junge. Guckst du erstmal runter, wie weit du hinunter hast, 250 Meter oder so? Ich schluss. Mach so ein Quatsch nicht nach, ja? Das ist nicht cool. Also schon ist ein bisschen cool, aber trotzdem nicht nachmachen. Krass, Mann, ey. Wir laufen hier jetzt schon eine Stunde auf diesem Berg oben drauf rum. Eine Stunde. Kein Zaun hier irgendwo. Ich kann mir gleich mal beschweren, dass hier ein bisschen... Ja, keine Absperrung. Du kannst hier einfach rinnen. Ja, ich lege. Oh Gott, ey. Ist das anstrengend. Hier hoch. Alter. Ey, ich bin so schlecht konditioniert, ich komme hier überhaupt nicht klar, ey. Ist ja so anstrengend. Aber die Aussicht ist geil. Posten, direkt posten, direkt bei Instagram posten. Langzeitbelichtung. Mal gucken. Also ist schon geil, wenn man auf so einen Berg klettert, ey. Wir haben uns nicht ganz spontan gedacht, dass wir einfach mal uns, keine Ahnung, ins Auto setzen, zweieinhalb Stunden nach dem Berg Lichtenstein fahren. Kumpel hat sich rausgesucht und dachte sich auch, fahr mal hin. Ich so, ja, klar, komm ich mit. Bin ja so viel spontane Sachen. Ich mag sowas, ja. Das ist total cool. Nichtsdestotrotz ist es voll anstrengend, wenn du dann irgendwie mit einem Kamera-Rucksack, Stativ, Ohnen und dann erstmal durch die Gegend fährst damit, ey. Die rumkletterst. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier quasi mega viele Fotos und Bilder gemacht. Wir haben uns von ein paar Leuten, die hier Locals sind und sich hier aufkennen, ein paar schöne Tipps geben lassen. Und jetzt machen wir erstmal einen Abstieg. Der ist auf alle Fälle leichter als der Abstieg. Wir gehen jetzt erstmal was essen und gucken uns dann noch ein paar andere Touristenorte an. Es ist auf alle Fälle echt krass hier oben. Also, kalt. Ich habe mir keine Handschuhe mitgenommen, das bereue ich ein bisschen, weil total schweinekalt ist. Aber diese Aussicht, du kommst aus der Stadt, bist so ein Stadtkind, ja. Hast nur sonst Autobahnen flach. Die höchsten Berge, die es bei uns in Berlin gibt, die sind so Müllberge. Irgendwie 100 Meter hohe Müllkippen. Und hier kommst du hoch, erstmal so ein 400 Meter Steinklump in der Landschaft hier, ja. Völlig krass. Wie das aussieht, ey. Ey. Steven ist hier für die Bilder zuständig. Wenn Deutschland so viele geile Orte hat. Ey, eigentlich, eigentlich weiß man das ja nicht, was das für geile Orte gibt. Das gibt so viel, was man noch nicht erkundigt hat und was man sich noch nie angeguckt hat. Ja, das gibt so viel. Das ist echt krass. Und hier, hier latschen wir jetzt hoch, Alter. Also, heißt es, wir kommen beim zweiten Teil vom, wieder mal unterwegs, Vlog von Red Riding. Ich habe dafür noch keinen Namen, aber wir waren gerade schön essen. Ich habe einen Bauernfrischee gegessen. Und alter Schwede ist das hoch hier. Wir sind hier bei den, wie heißt das? Bei den Schweden Löchern sind wir. Und wir kraxeln jetzt gerade hier so hoch. Alter, das ist nicht für meine Kondition gemacht, aber das sieht mega cool aus hier. Voll krass, diese Natur und so. Ich habe ja nicht gewusst, dass es so etwas in Deutschland gibt, ja. Ich dachte, die höchsten Berge... Ich dachte, die höchsten Berge bei uns, keine Ahnung, 200 Meter hoch oder was? Aber das ist ja richtig krass hier. Heftig. Und dafür sind wir jetzt hier hochgelaufen. Guckt euch mal diese Aussicht an, Alter. Mega krass. Also, was kann man nicht wissen? Dass die Aussicht nicht so gut ist. Also, na, obwohl die Aussicht geht eigentlich. Ich sage mal, das hat sich gelohnt, weißt du. Also, wir sind jetzt hier bestimmt fast eine Stunde hochgelatscht. Das war mega anstrengend, aber hat sich eigentlich gelohnt, wenn er mal kickt. Da hinten auf dem Berg waren wir vorhin drauf. Und wir sind mit einem Auto hergefahren, sind wir eine Stunde von da unten irgendwo hier hochgelatscht. Also, das war eine coole Nummer. Ich hätte niemals gedacht, dass es in Deutschland, wie gesagt, so eine Aussichten gibt. Alles für ein Foto, weißt du. Du kletterst hier hoch, einfach mal ein Foto machen, ja. Aber das ist cool, macht Spaß. Du wirst einfach mal spontan irgendwo hinfahren und ein bisschen was machen, finde ich cool. Ja. Was ist das sonst sozusagen? Nicht. Wäre geil, wenn jetzt hier so wolkenfrei wäre und man hier zu übelsten Sonnenuntergang hätte. Mega geil, aber es ist alle ziemlich diesig, bewölkt. Nicht schön. Achso, gut. So, jetzt habe ich hier ein paar schöne Fotos gemacht. Also, ich muss sagen, das andere fand ich auch spektakulärer. Aber das andere war halt nur so spektakulär, weil da kein Zaun war und man überall, sag mal, runterfallen hätte können. Da konnte man sich ein bisschen mehr an den Rand setzen. Ich finde sowas immer, ich muss sagen, total spektakulär, wenn ich irgendwo hinfahre. Und da ist eine hohe Klippe und kein Zaun. Das habe ich damals schon am Grand Canyon gemacht. Und dann setze ich mich einfach immer wirklich an den Rand, wo man wirklich runterfallen könnte, wo kein Zaun ist. Und lasse mal die Beine baumeln. Und ich stehe da voll drauf, so eine verrückten Sachen zu machen. Weil du merkst ja, wie das so lebendig bist. Und du machst halt mal was völlig verrückt. Ey, das ist total geil. Ich rate das nicht zum Nachmachen, aber ich bin da so ein Adrenalin-Chunkie. Überhaupt alles, was mit Adrenalin zu tun hat, mag ich. Ich tue jeden Tag eine Sache, die dich gruselt, dann wächst dein Geist. So ungefähr, das ist irgendwie so ein Sprichwort, keine Ahnung. Wer hinten rummiert ist, schneller als über dem Berg oder so. Und ja, deswegen beim Fotografieren mag ich das wie beim Motorradfahren. Beim Motorradfahren balle ich gerne mal mit 300 über der Autobahn, da wo es geht. Und beim Fotografieren mache ich irgendwie, dass ich an verrückte Orte hingehe, wo man nicht so schnell hinkommt oder wo ein bisschen gefährlich ist oder so. Und mache da Fotos oder Videos, das mag ich. Wie gesagt, macht das nicht nach, aber wie gesagt, ihr kennt das ja. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. So, wir haben uns jetzt gerade hier was zu trinken erstmal geholt. Jetzt gucken wir uns auch mal so ein paar Steine da hinten an. Noch ein paar andere Felsen angucken, die natürlich ganz anders aussehen, als wie die Felsen, die wir gerade eben gesehen haben. Und dann latschen wir mal wieder eine Stunde zurück zum Auto und fahren nach Hause. Ich gucke, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt mal gerne Tipps drin schreiben, falls ihr mal eine Idee habt, wo ich mal hinreisen könnte. Falls ihr euch welche geilen Fotospots kennt oder so. Irgendwo Berlin-Brandenburg oder so was. Das Kommentar mit den meisten Likes, da fahre ich dann hin. Weißt du, für 10.000 Likes fahre ich nach Norwegen mit Fahrrad. Nee, aber ohne Scheiß, falls ihr mal ein paar gerne Tipps habt. Ja, ohne Fahrrad. Genau, falls ihr ein paar gerne Tipps habt, wo man mal hinfahren könnte. So vlogmäßig nehme ich euch ein bisschen mit hier. Schreibt das ruhig mal hin oder könnt ihr mal berichten, wo ihr mal wart oder so. Ich meine, ich fahre ja auch nicht, als ihr jeden Tag irgendwo hin und macht Fotos. 300 Kilometer für ein Foto, Herr Gide. Ja, deswegen mal alte Foto. Aber Alter, sieht das geil aus. Krass. Für so eine Aussicht lohnt sich das doch schon wieder. Kann man einfach mal die Ruhe genießen, weißt du, muss man mal nicht wirklich labern. Bitte nicht hochladen. Und dann kann man mal die Ruhe genießen, weißt du, redet man mal nicht. Und hat mal komplett die Natur nur für sich. Warten, willst du ein rohen Foto machen? Okay, ich mache jetzt auch noch mal ein paar Bilder hier. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Das ist schön. Schöne Aussicht. Wahnsinn. Die Femmete, die haben hier abgehört für gefunden. Also wir laufen jetzt hier komplett durch den Wald, Alter. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht in der Nacht voll mit welchen Wehrbeöffner angegriffen. Wir müssen hier nicht unten zurück zum Wasser. Und ticken, wie wir da runterkommen. Und da laufen wir jetzt so einen Weg runter. Ich fühle mich hier wie bei Blair Witch Project oder so. Alter, ich bin doch voll hingeflogen hier. Nicht, dass ich wenigstens Kabelbeier versprungen. Alter, wo rennst du lang, ey? Der Dinger, der rennt hier wirklich, man macht die Klippen hier runter. Alter, das ist nicht mal ein Weg, ey. Aber der Witz ist, hier ist so ein kleiner Trampelfahrt. Das ist wirklich aus, als wären die mal Leute langgegangen. Oh, tatsächlich. Krass. Hammer weg. Hallo. Spreche hier Deutsch? Ja, klar. Kommt man hier runter zum Wasser? Nee, ins Wasser kommst du nicht. Ich bin ins Lamm heimgegeben vor Richtung Hosenbeet. Nochmal, was für ein Ding? Also der Mädel gerade, wir müssen hier an eine Felsenwand lang. Wir müssen aber sogar die Hände benutzen. Da ist ein Zeichen oder so, keine Ahnung. Und äh... Gott, schräg. Ich spreche mit meinem Handy. Ich muss so ein Festhalten für die Nachwelt. Und mal kicken, wie wir lang kommen. Alter. Das ist immer eine geile Aussicht hier. Boah. Ach, da haben wir da lang. Guck mal. Ja, ja, da müssen wir lang jetzt. Da unten hat es irgendwo ein Auto. Alter, ey. Besser, ja. Macht Bock? Ich sollte lieber das Handy wegstecken, glaube ich, wenn ich hier... Ich bin noch nie auf so einen... Obwohl, das ist ja ein Wanderweg. Kann man ja lang laufen, passiert ja nichts. Aber die Aussicht ist geil. Das ist schon geil. Ich fühle mich wie so ein Abenteuer an dem Bisch. Ich brauche mit so einem Crusoe, Alter. Wie fällt denn da oben springen? Alter. Ich schmier mich hier nicht ab, ey. Ich komme mit dem Bahndeck los, wie schön das Bedeutung hier aussieht. Ciao, Kakao, ey. Dann sind wir da am Felsen, immer lang irgendwie. Zieh du überhaupt mal einen Weg? Da ist ein bisschen der Weg, da, guck mal. Gerade zu hier, da ist Weg. Ja, ja, klar. Da lang. Aber können wir nicht einfach hier runtergehen? Können wir auch probieren, wenn du hier runterkommst. Können wir auch hier runtergehen. Oder, wollen wir machen? Bist du sicher? Wollen wir nicht gleich hier runter? Runter ist doch sicherer als hoch. Oder? Hier? Einfach da? Was denn? Lass doch querfält einprobieren, oder? Was von Maike guckt, ob man da weiterkommt? Ja, da ist auf alle Fälle da hinten. Oder? Ja, irgendwie wird das schon gehen. Hallo. Können wir jetzt hier runter? Geht doch ein scheiß Handy weg. Nein. Muss das dokumentieren. Was? Klar. Wieso? Kann hier alle posten? Ich habe die Scheiße, ey. Aber ich sage mal runter. Schon mal besser, als die an diesen blöden Felsen langlaufen. Hier ist so ein Stromkabel. Zivilisation. Wir müssen den Kabeln folgen. Siehst du? Stromkabel. Ich weiß nicht, dass wir nicht mehr so langlaufen. Meine Theorie ist ja, da wo Menschen so einen Pfosten errichtet haben, da können wir auch langlaufen. Weil die müssen ja auch den Pfosten irgendwie errichtet haben. Ja, ja. Ach du Scheiße, ey. Boah. Sieht doch aus wie ein Weg. Alter. Da kommst du nicht mehr runter, Alter. Wollen wir umdrehen? Oder was? So, ich klicke jetzt mal Handy weg. Jetzt packt der hier die Kamera aus und will ein Foto machen. Ja, sieht schön aus. Ich würde mir eher beeilen, dass ich hier runterkomme, ey. Das ist scheiße dunkel bald. Alter, wisst du wie weit hier drunter noch ist, ey? Wenn der dunkel ist und wir sitzen hier fest, dann haben wir auch einen Scheiß. Quatsch, du hast ja mein Scheiß-Handy nicht gemacht. Na, ich will hier ein Foto machen. Das ist die Position hier. Hier lang runter? Ja, weiter. Aufsage runter. Alter, wir sind gerade von da oben hier runtergeklettert, Alter. Ja, das hat dich stört. Ja, ich muss ja da irgendwie zum Auto gehen, ey. Wir sehen, habe ich unten wieder empfangen. Und wir sehen uns gleich beim Auto. So, ich will noch mal kurz meine Eindrücke festhalten, was ich hier gerade erlebt habe. Also, wir sind da runtergeklettert von da oben. Und ihr habt das ja auf den Handy-Videos gesehen. Überkrass. Das war so steil. Da war absolut null Weg. Aber im Endeffekt sagt man so, dann lass das mal runter. Hauptsache runter. Weil am Telsen lang wäre es herrlicher gewesen. Aber ja, das sind später die Nummern, wo dir dann von der Zielswiste. Hier, keine Ahnung, schön mit Auto hochfahren. An den Aussichtspunkt ran. Und keine Ahnung, Hauptsache mal irgendwie rumlofen da. Und dann fährst du mit dem Auto zurück. Das kann ja jeder. Ich fand das gerade cool. Das hat echt Spaß gemacht. Macht so einen Scheiß. Wir haben das auch nicht gemacht für das Video. Also, ich mache so einen Scheiß nicht für das Video. Ich mache das immer in erster Linie für mich selber. Und da hast du wenigstens was von da zu erzählen später. Ich sage immer, diverse memories, not my dreams. Weißt du? Das ist immer so. Das ist echt. Ich meine das aber eher wirklich ernst. Manche könnten ja sagen, okay, du spielst das hier voll. Aber nee, Zubat macht Bock. Und wie wir da unten am Felsen runtergelaufen sind. Mitten da in irgendeinem. Ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt rutsche, nur auf irgendeinen Baum zu steuern. Dass ich mich bloß daran festhalten kann. Weil du warst so glatt mit dem Rucksack auf den Rücken. Du rollst ja wie so eine Kugel, ey. Krass, ey. Berg Lilien Stein. Nee, wir sind jetzt, äh... Ist der fertig? Nee, nee. Kannst du ruhig erzählen. Nee. Wo sind wir? Nee. Ach, du wolltest Sprachnachricht machen. Ach so. Entschuldigung. Jedenfalls, ey. Wir fahren jetzt nach Hause. Bist du am nächsten Tanker, dann fahre ich weiter nach Hause. Alter, dit war ein Ritt, ey. Dit wird ein cooles Video. Geil, Heik wird zu erzählen später, ey. Lüt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt wirklich. Ciao. Lass einen Like down, kommi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020